Vielleicht ist dies mein letzter Film, den ich noch sehend machen kann. Das blinde Auge ist mein Kameraauge. Ich denke nicht in Licht, ich denke in Schatten. Die scharf gezogene Unschärfe. Ich hätte am liebsten mal beides gemacht, Ton und Bild. Eigentlich ändert sich nichts. Aber wenn ich blind bin, werden sie mich nicht mehr die Kamera machen lassen. Was jetzt Genie ist, ist dann Wackelbild. Boxer machen Schattenboxen. Ich mache jetzt schon Schattenfilmen, um mich vorzubereiten. Schattenfilmen 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 Bis zum nächsten Mal.